oder nicht so schmier neuer part für euch leute aber auf die uhr guckt dass wir das wieder nicht steuern hey omg betreffen nicht oder drame netroffen eigentlich von die minz spenden dann oder standard jemals diesmal krass ja musste sein ich bin ja so neugierig und wir jetzt uns wieder los sterner bm los alle stern an luigi wario keine widerräder du kannst du auch schaffen wir nicht außerdem wer so nicht wo ich hier mit bei ne ja ob wir den luke abwendung hier ist verkocht hätte ihr Gibt mal eine super Tom-Tom umhören, ich mach's zu spät. Oh, das Spiel ist aber mit dem Motulam bestimmt so schwer, ja. Mario ist dran und der ist wahrscheinlich mit denen, ja. Kann wahrscheinlich schwierig werden, ja. Das könnte schwierig werden, ja, weil, ja, sieht man jetzt schon, wie man die immer im Vergangenen tut. Alle, die halt die woanders sind, eigentlich ist das die mit Support, aber, ja. Aber noch über 20, oder? Wird bestimmt noch glatte Schwanzig. Schwanzig, wollte ich reden, du, ey. 16. Oha. Also, wenn wir nach 15, wir würden es einen anderen Rundwecker spielen. Ne, was ist denn jetzt? Scheiß drauf. Ja. Ah, das ist jetzt hier eine Länge, Leute. Oh, und wieder mit den neuen OG. Wie gesagt, man, dieses Preis, ja. Hältst du aber krass an, kweißt. Was soll man so loswerden, ja. Der Ersten schafft man immer. Ja. Sind wir schon. Also, jedenfalls schon, wenn ich 25. So, wir sind es nämlich bei Mario Party, also bei Mini spielen sie mich vorausgesehen, ja. Und dann sind sie nämlich. Und dann sind sie nämlich mies, ja. Bei Mini spielen sie, ja. So sieht es aus. Bei Mini spielen sie, ja. 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 Ganz knapp hätten wir an DM-Wixer bezahlt, aber nein. Nein. Donkey Wurzel. Ja, und erneut. Wahrscheinlich haben wir schnell die gefragt, dass ich die Punkte wie ein Pieps-Mapper macht, aber... Die Map ist für einer der wenigsten Maps, die man, wenn man bei CPU-Opking-Gate-Vend, ja. Nein. Da wirst du, ich meine, bei 4-Spieler-Kampf das wenigste, ja. Also bei 4-1-Spieler wirst du das wenigste, ja. Das muss ich nicht machen. Das wird schon heute gerne machen, aber... Ja. Das fangen wir leicht an, ganz leicht. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5, Stufe 6. Diesmal Stufe 6. Ja. Was ist jetzt? Alter, du hast in der Länge gezogen, ey. Aber irgendwie auch cool. Ja. Schön mit langen Display von Spider-K. Und wieder viele Videos. Und bloß scheiße, das Play ist in Autobahn-Aufrufe, ja. Den Dreck können sie sonst wo hinstecken, ey. Will ich nicht. Bin so vergessen. Du rege mich richtig auf bei dem, ey. Es ist recht, dieses Bad Kissing, Alter. Die Kathedrale der Metzger, ja. So eine Suchtaufgehälung, ey. So, es sind wir mal Sternen. Los, Sternentausch. Ja, das wär's. Mario gegen Luigi. Und? Oh. Mario und Luigi. Ne, Leute. Jetzt ist es los. In den letzten 10 Runden, Leute. Ich halte noch mal ganz kurz ein Gebet an Dig und Annehmen auf. In den letzten Sekunden, weil, ja. Weil, Support-Tom-Tom ist begraben, Leute. So. So, warte, wir sehen mal. Kommt, Support. So, Toad, du musst mich kurz... Ach, noch eine Zeit. Mach gleich ein Gebet. Ja. Also, jetzt haben wir 10 Sterne, also... ...dass Domten nur noch überbieten kann im Endless Play. Hm. Oder er beten konnte. Weil, ja, was wir uns nicht die Runde spät haben. Weil, wir sind nicht mehr an den Bastarden vorbei, ja. Und... Da geht's dem eine extrem lange Runde, ja. Ja. So. Was kommt? Oh. Jetzt kommt ja der neue, alte Controller. Aber, ja, es hält mein Gebet an Dig und Annehmen auf. Ja. Und diesmal ersprach ich was. Lieber Dig und Annehmen auf. Ich bitte dich darum, dass du Super-Tom-Tom segnen tust. Weil er jetzt in diesem Let's Play für immer verstorben ist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dass es Super-Tom-Tom gefallen hat. Mir hat auch Super-Tom-Tom gefallen. Er ist wirklich ein wunderbarer Mensch. Und ein Wahnsinn, so ein Wahnsinn-Checker. Und deshalb sage ich dir im Gebet von Minecraft-Amen. Ich bin... Ich bin... Ich bin...